Ein syrisches Flüchtlingslager in der Türkei. Mehr als diese Apotheke wollen die Behörden nicht zeigen. Die Türkei will das schwierige Verhältnis zum Nachbarland nicht weiter belasten und die Identität der Menschen schützen. Zu Tausenden flüchten die Syrer vor der vorrückenden Armee aus ihrem Land. Einige wollen aber ihre Geschichte erzählen, wie dieser Mann, der bei einer Demonstration verletzt wurde. Mein Finger ist abgerissen. Ich wurde im Bauch und an der Hüfte getroffen. Nach vier Operationen in der Türkei lebe ich immer noch, Gott sei Dank. Ich danke den Türken und den Leuten aus dem Dorf an der Grenze, die mir geholfen haben und mich aus Syrien hierher gebracht haben. Die ersten Flüchtlinge kamen vor drei Monaten an. Inzwischen sind es mehr als 1600 in diesem Lager und insgesamt 12.000 in den fünf Camps der Region Hatay. Wenn Essen und Wasser kommen, dann ist es nie genug. Das Leben ist nicht gut hier. Aber trotzdem danken wir der türkischen Regierung. Fast jeder hier ist dankbar. Ganz besonders dieser junge Vater, der am Bein getroffen wurde. Das ist mein erstes Kind. Es ist hier geboren. Ich weiß gar nicht, wie ich den türkischen Menschen und der Regierung danken soll. Weil es mein erster Sohn ist und er in Antakya zur Welt kam, wollte ich den Türken meine Dankbarkeit zeigen. Deshalb heißt der Tayyip Erdogan. Für viele Flüchtlinge führt der einzige Weg raus aus dem Camp zurück nach Syrien. Nach der Amnestie-Ankündigung von Syriens Präsident Assad vor einer Woche wollen Tausende wieder zurückkehren. Abonnenten Untertitelung des ZDF für funk, 2017